Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shellshock Live. Neues Spiel, spielen wir nicht alleine, sondern wir spielen heute mit dem Konsti. Hallo. Hi. So, äh. Man, du die ZG. Game for straight people, oder gehen wir gleich rein? So, ich bin mal da bissl gegeneinander und dann... Ja, dann werden wir halt irgendwann... Ich bin mal halt auch gegen andere Keks. Indiet. Ein bisschen Mikrofon richten da. So, okay. Ja, gehen wir gut. Cool, Mann. Fuck's da ab. Ich sollte auch aufnehmen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, warte kurz, dann mach ich das jetzt. Jetzt muss ich warten auf dich. Ja, beeil dich. Au. Das ist das erste Video. Ey, ich kann das nicht. Mach weiter. Ich muss dich jetzt abfucken. Ja, dann fuck ab. Schnell. Oh, Jesus. Ist das dein Ernst? Ja. Oh, ich hätte auch nicht runterfahren sollen. Nein. Verdammt. Verdammt. Oh Gott. Ach so, einen Sniper habe ich leider nicht. Bitte, dass das jetzt trifft. Verdammt. Geil. Uh, das ist wirklich fein. Scheiße. Ich komme noch nicht raus. Nee, nee, nee. Get fucked. Oh, shit. Wo schieße ich denn hin eigentlich? Natürlich. Ja, bissl. Okay. Ja, du kannst halt jetzt Zeug reinballern. Das ist irgendwie bissl... Ja, unvorteilhaft für ihn. Schon irgendwie, ja. Ja. Au. Ja, ganz okay, würde ich so. Alter, ich hab schon Schuhen drin. Bitte crit, bitte crit. Ah, you fucking can't. Komm, bitte crit. Nein! Jo, wo fliegt der Scheiß hin eigentlich? Äh, okay. Hauptsache trotzdem drauf. Ah, can't. Ja, eh besser so. Ey, das Drextring trifft eh nie. Oh, oh. Okay. Ich bin nur arrascht für mich selbst. Boah, ich hab nix mit was ich dich gescheit treffen könnte. Irgendwie so. Ich nehme jetzt einfach auf und dann... Ich kusse einfach offscreen. Cut das... What the fuck is das? Chocolate. Au. Das heißt, du willst mir jetzt sagen, dass du die ganze Zeit jetzt nicht aufgenommen hast? Doch, ich nehme eh die ganze Zeit auf. Ah, okay. Hoffe ich zumindest. Du, ich schneid nur die Stellen raus, wo's langweilig ist. Also, mach da darum gar mal keine Sorgen. Ja, ja. Also ziemlich, das komplette Match wird rausgeschnitten, weil... Ich panier die grad irgendwie. Ja, stimmt. Das ist eigentlich so selten, dass... Das musst du drin lassen. So, ich mit der Banane schier. Komm, ich nehme die Banane. Bananana. Wenn das das trifft. Oh, das sieht schon gut aus. Ha. Oh, da. Ja. Easy. Nimm's schon. Was ist das? Turret Mob. Oh nein, ich... Ich ahne Böses. Nützt es aber nicht. Geh weg mit dem Scheiß. Hab mich nicht mehr erwartet. Nee. Uh. Ah, danke. Jetzt komm ich da jetzt auch mal raus. Ah. Oh, you can't. Okay. Ich werde jetzt eh gleich sterben, also... Yes. Was nehme ich? Komm. Wollt das mir jetzt richtig Hard Damage machen. Verratzt mir. Nein, bounce noch nicht so weit weg. Das ist so dumm, das Ding. Ich hab gar nichts gemacht. Hehehe. Ja, das ist die Scheiße. Das kenn ich eh. Das ist saub eh. Ah, ja, ja. Das bissl. Ich glaub, das ist das erste Mal, dass ich dich wirklich planiert hab. Ich glaub auch, ja. Alter. Kurz checken, ob ich wirklich aufnehme. Tatsächlich, ich nehme auf. Ah, jetzt fangst du wieder an. Natürlich. Das war's nochmal wieder komplett. Das hätte so viel Damage machen können. Fuck. Super. Ja. Hm. Doof, ne? Wow. 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 Ja. Wow, gell? Ja, das schwarze Loch war irgendwie bissl im Weg. Wow. Oh. Natürlich. Natürlich. Wie kann man diese verwenden? Gar nicht, wenn du so blöd stehst. Kommt du mit der Deadwood? Hab ich's nicht. Wenn ich so schieß, könnte es vielleicht treffen. Ah, nein. Scheiße kommt vor dir auf, verdammt. Ich da wisch's nicht. Interessant. Ja. Nein. Oh, das hätte richtig viel Damage gemacht. Hab ich schon bemerkt. Fahr nicht weg. Geh weg. Feel the rainbow, be the rainbow. Wow, sick. Ja. Das hab's gar nix. Hm. Hm. Was kommt dann da auf? Äh. Nein. Doch. Bastard. Ah, das ist schön. Das ist schön. Gefällt mir. Irrerisch. Oh, fuck nochmal. Nee, jetzt nicht im Ernst. Uff. Hab ich was zum reinwerfen? Nicht wirklich. Dark Shadow. Oh, come on. Ah, kommst du immer noch nicht raus. Geh scheißen da drin. Ah, ja, kann ich das reinwerfen dann. Gott, wie schiesse ich jetzt am dümmsten? Am besten gar nicht. Ja, well. Viel Spaß. Ja, gut. Jetzt kommt der Schrap... Nee. Schrapnel wäre schön gewesen. Und ein Crit auch. Ey, wie so's. Hi. Ich glaube, ich trigger dich jetzt. Ja, ganz okay bin ich mal gehofft. Aber triggern werde ich es trotzdem. Was war das? Sub-Sniper. Sogar mit nem Crit. Ey, du hast auch mal nen Crit gemacht. Yeah! Ich glaub dein erster Crit seit... Weiß ich nicht wann. Ich will jetzt sowieso nix chronolüsen. Na super. Boah. So, du fangst an, dann kann ich mich da verstecken. Daweil. So, wie... Wie gearscht bist du? Naja, hast du eigentlich ja Glück gehabt. Das trifft. Das trifft mich niemals. Ich könnte es dir recht gehabt haben. Naja. Gut, oder? Ein Versuch was wert. Indeed. Hm. Alter, muss ich dabei zurückfahren. Das war knapp. Oh, Scheiße. Der trifft, der trifft nicht. Nein. Eh nicht. Bye, have a great time. Nein. Das ist nicht falsch. Bastard. Ah, cool. Ich mag das. Ich nicht. Du kommst. Ich muss so scheiße weit zurückfahren, dass ich dich irgendwie treffen kann. Boah, der Sprayt. Lecker. Boah, seh kein Damage machen oder so. Kann man schon hart als Bastard klassifizieren. Naja. Wo geht denn das hin? Das trifft... Da trifft mich höchstens zwei. Okay, nevermind. Als ob das da oben war. Ich... Mann. Oh. Beehive. Der trifft jetzt wenigstens sogar. Wie in Arsch. Oh, nicht gescheit. Kommt, was? Kannst du bitte mal den scheiß Ding da weg tun? Ja. Was? Ja, das nervige Bergdingster, was vor mir an der Nase ist. I'm trying. Eigentlich nicht aber. Was? Das war jetzt dein Karma. So. Jetzt kann ich dich abschießen, gescheit. Ey, das kommt nie an. Nein. Es geht... Es geht... 16 Damage. Boah, jetzt ist das mal zwei weg, verdammt. Ach nee. Das kommt ja nicht jede Runde vor. Äh... Nevermind. Was? Ah... Ich meine, das verschwindet jede Runde. Ich weiß, das ist dann immer wieder weg. Ich weiß, das ist dann immer wieder weg. Boah, ich hab nichts gescheitend, was ich abschießen könnte. Komm, trifft bitte irgendwer von euch das Ding da. Nein. Okay, danke. Hauptsache ich. It. Alter, mach das viel damit. Alter Bruder. Ich hab keine gescheiten Waffen mehr. Du hast dir Glück. Ich komm in den Club. Guck dir mit dem Blitzer an. Ja. Hier oder so. Oh. Oh, Mid-Grid. Ich hab keine gescheiten Waffen mehr. Kampf. Ja, come on, was ist... Was soll ich erwarten vom Blitz? Äh, der wievielte ist das jetzt schon in der Runde? Dritte oder Zweite? Zweite. Ich erwarte mir zu viel von dem Ding. Boah, ein Battering-Ram. Betrefft? Nee. Ich muss den so schießen, glaube ich. Uh. Ah, fast. Das ist schwierig mit dem was zum Treffen. Ich hab das nicht mal, also ich kann das nicht beurteilen. Ich hab keine gescheiten Waffen mehr. Naja, 40 Damage. Das ist auch nicht die wahre Welt oder sowas. Eins, zwei. So, warte. Ich sehe Hoffnung. Hoffnung? Ja. Man glaubts kaum. So feiern, wie das jetzt nicht trifft. Ach komm, das kann's doch nicht sein. Dich juckt's auch nicht, dass das da ist, oder? Nee, nicht wirklich. Ja, ich merk's. So, und du willst mir erzählen, du hast keine gescheiten Waffen mehr, ha? Das scheiß Gelände regt mich auf da. Sogar das Erdbeben crittert dich. Ja, jetzt nehmt ihr sich beide. Arschloch. Indeed. Haha. Ich hab dich sogar drauf. Als ob ich nur Abrüstung bekommen habe. Tja. Oh die Scheiße. Oh man. Hm. Jetzt nicht. Ernsthaft jetzt. Boah. Das war ne Double Pawn. Das war Glück. Naja, ich war Skill, aber ja. Immer noch egal. Gibt's zu viele von denen. Da kann's ja nicht sein, Alter. Ja, genau. 88 Damage. Genau. Wie ist es geworden? Eins, zwei, drei. Wie ist es geworden? Jetzt snipet er mich. Mit was? Mit der Sniper? Ja, hab ich keine. Lustiger. Ich weiß nicht, ob das drin ist. Soll ich's aber eigentlich. Naja. Kommt zu weit links auf. Naja, obwohl. Was hat weh? Ja, du wirst mich jetzt sowieso killen. Das ist richtig. Die. Boom. Boom. Da, 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 da. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, so. Oh, oh, okay. Schaut diesmal besser aus mit den Waffen. Eins, zwei, drei. Okay. Aufdenken. So. Ach so, jetzt steht das scheiß Ding da. Ah, bitte. Vielleicht geht's nicht so aus. Nein. Ach so, das hat nur so einen kleinen Wirkungsbereich. Na gut. Was denn du erwartet? Keine Ahnung. Die komplette Map. Äh, ja, gut. Und deine Daumentaktik, die funktioniert viel zu gut. Naja. Wie krieg ich das triff? Das könnte sich ausgehen. Warum keine Crits mehr? Das Ding hat's eingesehen, dass Crits sinnlos sind. Das hat's nicht. Warum kommst du so weit zu mir her? Verpiss dich. Ja, genau. Brauchst sie nicht runterrollen. Was ist das? Da, frisst das. Was ist das? Oh nein. Als Opifil hat das jetzt gemacht. 112. Äh, nur. Was, ey. Was ist das? Jetzt kommt er wieder raus. Bleibt die Felix da drin? Soll ich da was zeigen? Nein. Ja komm, zwei sind verschwunden. Super. Was da Glück gehabt. Drück dich jetzt noch rein. Ich sag du. Das ist ein Bastard. Oh, ich denke ich bin tot jetzt. Yes. Das ging jetzt schnell. Ich sage ja, wenn ich eure Ranch will, dann... Aber ich habe auch gute Waffen gehabt. Du spielst zu viel, zu viel SSL. Gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. Nein, du bist ja nur fast 20 Level über mir. Nein. Nevermind. Oh, da ist Wind. Scheiß doch auf den Wind, lass den zwei. Ja, okay. Der Globalist. Austin, Pennsylvania. Kommt er her. Der Globalist. Der Globalist, ja. Lass ihn noch Twitch starten. Alter, ich bin noch da. Hi. Ich will das doppelt. Ich will das doppelt. Ich will's haben. Auf ihn schießen wir überhaupt. Wenn ich ihn treffe, dann tut's weh. Ja. Es geht Wind 2 rüber, dann könnte sich das ausgehen. Okay. Ich nehme Spotter XL. Wenn der trifft. Bitte. Perfekt. 175. 175. Rude. Rude. Wow. Ich glaube, der hat das nicht ganz so erwartet. Nein, das glaube ich auch nicht. Und ich finde es nicht ganz so vorteilhaft, dass wir so knapp beieinander stehen. Ey, sei nicht so gemein. I know. Oh Gott, das könnte weh tun. Wow. Ey, nicht den killen, das will ich machen. Kannst du eigentlich schon den anderen fokussen? Nein, den will ich killen. Ja, Pech gehabt. Karin vor dir. Geh weg. Nein. Krieg. Ah. Habe ich irgendwas, was ihn vor dir killt? Keine Ahnung. 40 HP. Weiß nicht, wieviel das macht. Haha. Es geht ein bisschen Wind rüber. Mach ich ein bisschen mehr. Kein Wind. Scheiße, ich glaube, das trifft ihn nicht mal. Kann man das Kant lesen? Nein, Moment. BAM. Boah. Ey, kann man das Kant lesen? Du hast nicht mal was geschrieben. Bei mir zumindest nicht. Der Fuck. Also irgendwie zerstöre ich gerade alles. Drück auf Enter. Und schau nach. Ja, habe ich gerade. Steht da nicht. Okay, dann wird es glaube ich gefiltert. Scheiß Artikel 13. Oh fuck. Ist das ein Kaffee drum? Ja. Oh scheiße. Geh weg von mir. Na super. Ich hoffe ich treffe dich nicht. Mit was schieße ich überhaupt? Mal nur fragen. Mach hin. Nehme ich auch ein Carpet Bomb. Du musst doch richtig rüber. Es kommt immer von der Mitte auf die Seite zu der man schießt. Habe ich mir mittlerweile schon gemerkt. Hm. Ich bin nicht. Hm. Das ist schön. Oh nein. Er hat einen ultimate imploder. Ich würde nicht zu ihm hinfahren. Was macht das? Ein imploder. So. Das ist quasi ein Nuke-Tierer auf sich selbst zündet. Ungefähr. Weiß nicht. Lass mich in Ruhe. Scheiße. Nein. Verdammt. Hey 12 damage für normal. Okay. Ich glaube der benutzt den imploder nicht wirklich. Oh doch. Hat das gerade 200 damage gemacht? Ja. Warte wie viel hatten wir jetzt noch? 77. Kann sein dass ich ihn jetzt kille. Den Double Hoverer nehme ich mal. Kann sein dass ich ihn jetzt kille. Nein. Doch. Weiß nicht. Könnt sich ausgehen. Ich verbiete es dir. Tu das ruhig. Nein. Na komm. Boah das war knapp. Ah ich hab den kill bekommen. Ja ich weiß. Scheiß Pfeil war schneller. Ah jetzt hab's MMP. Ich hab die ganze Zeit das Mikrofon gemütet gehabt. Boah. Echt jetzt? Nein nicht die komplette Aufnahme aber. Wow. Man hört das alles in meiner Aufnahme also. Brauchst nicht glauben dass du das jetzt nicht hochladen brauchst. Ich lach das sehr wohl hoch. Okay. Du hast gekickt beide raus. Danke du Arschloch. Du ein kleiner Bastard. Ah okay. So dann würde ich aber sagen war es das an der Stelle auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe natürlich wenn was hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.